Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind die Mindkings dran. Das ist eine Neuheit von 2022 und wir haben hier zwei verschiedene Feuertöpfe. Sie sind von Volt bzw. Leslie und sie sind relativ teuer gewesen, ich glaube so 6-7 Euro, je nachdem. Ich glaube aber 7 Euro bei Röder habe ich sie geholt. Videos gab es dazu noch keine, deswegen würde ich sagen, wir verlieren wenig Zeit und gehen gleich mal raus zur Zündung der Mindkings. So, jetzt wie vorgesprochen die Mindkings, zwei verschiedene Sorten sind es. Wir zünden einfach mal weg. Gold, Flimmer und Blaue Sterne, sehr schön. Rot, Flimmer und Quackling. Dann haben wir die zwei verschiedenen Varianten. Ich finde sie zwar gut, aber auch ein bisschen teuer, muss ich sagen, dass man vier Bombenohre hat für, ich glaube, 7 Euro oder 8 sogar. Aber trotzdem ist es sehr schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal.